Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu meinem nächsten Xenoblade Chronicles Part So, Escape Fighter Ich habe einen Mission Sockel Was schwebt denn da? Jo! Was frag ich noch so dumm? Da kann ich mich ja gleich in den Bücher annehmen Die kriegen die schon noch hinten wieder Au! Die kaum! Nein, ich habe 5 Muscles Das war wieder 16, also ich denke ich halb wird an Rikki, aber ist okay? Mein kleiner Rikki, ist Rikki? Nein, ich fass wird alter Ja, ich ja gut leider, ich bin ja da Nicht Ich habe gehofft, dass ich gleich umwerfen könnte Please be happy 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 Naja usb ein freundes doch da reingeben aber ich finde es gut Ich muss ihn mal weggehen. Bye bye! Findest du ja? Na ich weiß nicht so recht, wenn du meinst, dass du dich so einfach besägst... Sagen wir es mal so, allein da hätte ich wohl nicht so gute Karten, nicht wahr? Aber bei deinem großen Mal bin ich ja schon gewöhnt. Okay... Ey, 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 hallo! Ich wollte mit denen hier reden! Und ihr nervt mich dabei! Rikki, Rikki, Rikki! Rikki, schau, rikki! Rikki, schau, rikki! Rikki, schau, rikki! Rikki, schau, rikki! Jemand, mach dich gut! Lass uns fokussiert! Oh, komm, Rikki, schau! Ja! Rikki, schau, rikki! Ja, ja! Das ist ja super! Rikki, schau, rikki! Rikki, schau, rikki! Rikki, schau, rikki! Rikki, schau, rikki! und dich hier zwischen den Monstern herumzustehen. Solche Sorgen macht er sich in seinem Leben. Und was ist das? Ach na ja, ich sollte mich meiner Mission widmen. Oh, 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 das ist auch eine andere Klippe, ganz, ganz vorsichtig. Oh! Nicht so schlimm, Melilla, steck nicht so viel darüber nach. Es bringt nichts, sich über Sachen, die kurz zu zerbrechen, wo man so wenig Ahnung hat. Fertigkommen. Fertigkommen. Sege fünf am Erdmeer. Fertigkommen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020